Hallo meine Lieben, heute möchte ich gerne mal einen Seelenpartner, Orakel, Tarot, Lennemann auslegen. Und um das Ganze mal so ein bisschen aufzubrechen, ich sag's auch immer gerne wieder, Seelenpartner kann jede Person in deinem Leben sein. Unabhängig davon, ob sich hier gleich Aufgaben auftun, Lektionen auftun oder nicht, jeder Mensch hat eine Seele und mit jedem Menschen, mit dem wir uns verbinden, gehen wir auch eine Seelenpartnerschaft ein. Also macht euch immer nicht verrückt, wenn es darum geht, den einen Seelenpartner zu treffen, womöglich noch Zwillingsseele oder wie auch immer. Sondern ihr geht mit einem anderen Menschen eine Seelenverbindung ein. Und das möchte ich heute mal nachgucken, was sich da so zeigt. Aber auch hier gilt, es ist eine allgemeine Legung. Es kann nicht mit jedem in Resonanz gehen. Nichtsdestotrotz könnte hier für den einen oder anderen eine Botschaft drin liegen. Ich schaue einfach mal, wer sich hier so zeigt im Kartenbild, welche Personen. Und wir sind natürlich hier auch geschlechterunabhängig. Das heißt, eine Dame kann genauso für einen Herrn stehen und ein Herr für eine Dame. Das schaue ich dann einfach, je nachdem, wie sich die Energien so zeigen wollen. So, starten wir mal wie gewohnt mit der Grundbotschaft und den Lennys, wenn sie denn wollen. Vielleicht wollen sie auch gar nichts sagen. Es gibt keine Seelenpartnerschaft heute. Vielleicht ist es so einfach nur drei Minuten mischen mit Chayenne, würde ich gerade sagen. Wir haben die Herausforderung mit dem Berg. Eine Blockade, ein Hindernis, welches überwunden werden möchte. Und, ja, wir könnten es mit einer, ja, ich meine, die Schlange ist natürlich so das Thema Komplikationen, Umwege. Und die Verführung, das kann auch manchmal für eine falsche Person stehen, für eine dritte Person im Bunde. Aber es sieht so aus, als wenn diese Komplikation, diese Blockade sich auflösen möchte. Wir haben mal wieder den Schlüssel. Ja, es darf hier ein, ja, eine neue Tür, darf sich öffnen. Und der Schlüssel steht natürlich auch für Erfolg und Sicherheit. Du kannst eine neue Welt entdecken, ein neues Dasein entdecken. Und dementsprechend auch hier mit Treue und Loyalität, obwohl der Hund natürlich schon per se für das Seelentier steht. Oh, der Seelenpartner steht auch, ja, tief ankern, fest verankern. Ja, der Anker, ich sage auch immer gerne so schön, der Heimathafen, der Platz, wo du dich festmachen kannst. Ein Ort, den du aber nicht, in Anführungszeichen, so fest verankert hast, wie jetzt zum Beispiel ein Haus. Sondern das ist eine, man muss es auch mal so sagen, wie es ist, es ist eine temporäre Angelegenheit. Und es kann auch durchaus mal sein, dass das Wetter rau wird. Das heißt, der Anker kann sich lösen. Die Frage ist dann, wie sehr bist du bereit, auch hier für die Liebe, beziehungsweise ihr beide bereit, für die Liebe zu kämpfen, dass ihr den Anker auch wieder festmachen könnt. Das heißt aber auch, mit dem Anker, und wenn ich dann noch das Schiff dazu symbolisch nehme, ist das ein Ort, wo du dich festmachen kannst, der nicht, ja, jetzt will mir gerade die Worte, wie soll ich das am besten ausdrücken, du kannst überall ankern. So wollte ich das sagen. Du kannst überall ankern, du kannst überall einen festen Platz finden. Du musst nur mutig sein. Dann natürlich die Herzen, oder das Herz für die Liebe. Selbsterklärend. Und ich habe vom Boot gesprochen, und da zeigt sich auch schon das Schiff. Ja, das Schiff ist natürlich, das ist ein Segelschiff, ist langsam unterwegs, wird vom Wind getragen. Und ich habe es auch gesagt, es kann auch manchmal Wolken am Himmel geben. Nun ist es aber so, ein Schiff lebt ja im Endeffekt vom Wind. Und so ein Donnerwetter, in Anführungszeichen, kann natürlich auch beschleunigen. Ein Donnerwetter deswegen, weil ein Donnerwetter auch für Klärung sorgt, ja. Wir brauchen gelegentlich ein bisschen Unwetter in unserem Leben, damit wir wieder erstens die Klarheit zu schätzen wissen, und damit wir auch Klarheit wieder sehen können. Ja, das heißt, wenn hier die Wolken den Himmel versperren und Dinge eben im Unklaren sind, dann wäre es gut, diese auch in die Klärung zu bringen, damit hier auch wieder Ernte eingefahren werden darf. Also, hier ist auf jeden Fall eine Blockade, ein Hindernis, ein Umweg, ein Irrweg, der sich auflösen möchte. Wie gesagt, wir haben hier das Seelentier, den treuen Begleiter im Kartenbild. Wir haben hier eine Möglichkeit für dich. Und es fühlt sich so ein bisschen an, aufgrund der Kartenkonstellation, als wenn hier die falsche Person, und das soll jetzt nicht böse klingen, dass du die falsche Person bist für jemanden. Sprich, du bist emotional an jemanden gekoppelt, der aber gar nicht für dich in Anführungszeichen bestimmt ist, sondern hier wartet jemand, das heißt warten ist auch falsch, aber hier ist jemand in deiner Linie, in deiner Zeitlinie, der für dich bestimmt ist, der wartet aber hinter einer anderen Tür. Und der ist dann mit dir in der Lage, hier in die Liebe zu gehen und natürlich auch Blockaden, unklare Dinge zu lösen. Und dadurch kann es natürlich auch sein, dass du hier elendig lang in der Herausforderung bist, dich schwer fühlst, dich energetisch ausgelaugt fühlst, weil du die ganze Zeit einer falschen Person nachjagst. Und dadurch gehst du natürlich auch nicht mehr auf deinem, ja, dir schicksalhaft vorbestimmten Weg, sondern durch die Abwege, durchs Moorast, keine Ahnung, überall längs und du findest kein Ende. Das ist, als wenn du hier auf der Bergseite so im Kreis läufst oder wie auch immer und du findest einfach nicht den Weg zur Spitze. Das passiert, wenn du einer falschen Person nachjagst, aus, ja, vielleicht sogar Wunschvorstellungen heraus, die du dir im Kopf kreiert hast, weil die Person könnte ja so perfekt sein. Und dabei ist sie es, aber ist sie es gar nicht. So, und wenn jemand nicht für dich bestimmt ist und es sich für dich anfühlt wie so ein unendlicher Kampf, du kommst nicht vorwärts, dann wäre es gut, dieses Kapitel endlich abzuschließen und das auch zu erkennen, um dementsprechend einem dir bestimmten Menschen endlich begegnen zu können. Ja, also alte Türen abschließen und rein in eine neue. Und du siehst ja hier auch, die neue Tür bringt Liebe mit. Die neue Tür bringt Stabilität mit. Die neue Tür bringt Treue und Loyalität mit. Die neue Tür bringt natürlich auch Klärung mit, gar keine Frage. Aber sie bringt Ergebnisse. Die hast du hier nicht. Wenn du dich hier durch, ja, durchs Moor hast, in Anführungszeichen, schlängelst und nicht vorwärts kommst, weil du einfach nicht ans Ziel kommst. Ja, es sind so falsche Ideologien, Wunschvorstellungen, das sind Sachen, Illusionen, die wir manchmal kreieren, weil wir denken, ach Gott, ja, das könnte ja so schön passen. Dabei passt es gar nicht. Ja, es ist eigentlich nur ein Schutz vom Universum, um dich vor Schlimmeren zu bewahren. Und so blöd es klingt, dann ist die Aufgabe die tatsächliche Aufgabe. Ja. Wir haben die 5 der Münzen. Reduktion, Armut, Not, Leid, ein Mangel. Passt sehr gut auf das, was ich schon gesagt hatte. Es ist Zeit, jetzt aus diesem Mangel herauszukommen, mit dem Mond wieder den Blick auf deine Sehnsüchte frei zu machen und diese natürlich auch zu bearbeiten. Ja. Deine Tiefe wiederzufinden und eigentlich auch herauszufinden, was möchtest du eigentlich wirklich? Möchtest du weiter hier einer falschen Person als falsche Person hinterherjagen, die eigentlich gar nicht passend ist für dich? Oder wäre es jetzt an der Zeit, deinem Schicksal Folge zu leisten? Der Mond zeigt deinen Seelenzustand. Oh, wir haben sich wieder 2 umgedreht. Dann haben wir die 3 der Kelche. Ja, das ist Dankbarkeit. Das ist Freude. 3 der Kelche ist auch so die Karte der Gemeinschaft, der Genesung auch, der Fröhlichkeit, der Zusammenkunft. Also es könnte sich hier sogar eine Feier ankündigen, wo Entschlossenheit entsteht, kreiert wird. Dann haben wir die 8 der Stäbe und dahinter die 7 der Stäbe. Ja, entweder habe ich sie nicht gut genug durchgemischt oder die haben sich so hingeschmissen. Aber es soll jetzt einfach so sein. 8 der Stäbe. Da haben wir zu tun mit deinem Einklang. 8 der Stäbe sind Neuigkeiten. Es ist Beschleunigung, die reinkommt. Kann aber auch manchmal so ein bisschen den Schwebezustand beschreiben. Das heißt, du bist so ein bisschen in der Schwebe. Kann auch manchmal ein bisschen Stress bedeuten, Überforderung. Nichtsdestotrotz steht sie für gute Nachrichten, die reinkommen. Ja, also wir haben hier mögliche Feier liegen, gute Nachrichten, die sich daraus ergeben. Und dann haben wir mit den 7 der Stäbe im Endeffekt deine Tapferkeit, deine Selbstbehauptung. Und ja, auch so ein bisschen die Aufgabe, oder das symbolisiert diese Karte auch, so ein bisschen die Mutlosigkeit Mutlosigkeit zu überwinden und auch ja, vielleicht sogar Neid und Missgunst. Ja, es geht darum, ein bisschen die Moral, auch die eigene Moral zu reflektieren und auch ein bisschen zu überdenken. Weil mit Neid und Missgunst, weil du vielleicht denkst, du wärst die richtige Person, aber eigentlich bist du es nicht, wirst du auf jeden Fall nicht aus diesem Mangel rauskommen. Sondern es möchte hier in die Fülle gehen. Wir haben mit dem Kelchkönig die Situation und das passt ja schön, dass es unter dem Herz liegt. Kelchkönig ist eine gefühlsklärende Person. Ich empfinde das eher als die Energie hier, also deiner Energie. Und zwar, dass du in diese Gefühlsklärung reingehst. die Selbsttherapie, die Selbsttherapie, das Reflektieren deiner Ansprüche, das Überschauen und das Anschauen deiner Träume, deiner Sehnsüchte, um einfach auch wieder einen klaren Blick zu bekommen. Aber dafür musst du halt einfach auch in dich gehen und schauen, wie du da wieder Ausgleich schaffst mit der Mäßigkeit. Die Mäßigkeit ist ja die Waage. Quatsch. Mäßigkeit ist der Schütze. Warum sage ich denn gerade Waage? Also, die Mäßigkeit steht einfach für Ausgleich. Dinge stimmig zu machen, die Versöhnung mit deiner Vergangenheit, Vergängliches auch gehen zu lassen und dich nicht mehr mit Altlasten rumzuschlagen. Dann haben wir die Vier der Schwerter. Die Vier der Schwerter ist so ein bisschen der Stillstand. Da geht es um die Besinnung. Kann auch manchmal ein bisschen für Erschöpfung stehen. Allerdings sind die Vier der Schwerter auch wunderbar, um seine Gedanken neu zu ordnen und dich bereit zu machen für deinen neuen Weg. Was möchte sich denn noch zeigen? Die Justice. jetzt haben wir aber die Frage. Ja, so schnell kann es gehen. Die Gerechtigkeit ist einfach die Verantwortung, die du jetzt für dein Handeln übernimmst. Ja, das ist die Reife. Das ist dein Gesetz. Wie gesagt, wir hatten das Thema ja moralische Vorstellungen überdenken. Wir haben das Thema Illusion kreieren so ein bisschen hier drin liegen und jetzt fällt hier auch noch das Judgment und das Gericht und dabei geht es um Erlösung und Erneuerung. Auferstehung, Ablösen der Vergangenheit und natürlich auch die Offenbarung und das passt so ein bisschen mit da rein, weil es geht auch darum zu klären. Dann fallen hier die Vier der Kelche und die Vier der Kelche sind in dem Moment gar nicht so verkehrt, weil das ist eigentlich auch nochmal ein Stillstand, ein Rückzug. Das ist das, was hier bei dir in der Tiefe für Blockaden sorgt, darf hier dementsprechend angeschaut werden. Das ist so dieses Satzsein, dieses Nichts Fühlen, weder negativ noch positiv. Das ist so Stillstand, Rückzug. Aber auch wohlwissend, dass da schon jemand im Hintergrund ist, der unterstützend ist. Das heißt, es kann durchaus sein, dass hier auf der Feier erstmal ein Mensch auf dich zukommt, der wirklich erstmal nur ein Freund ist und dir dann zeigt, wie du deinen Anker wieder festmachen kannst. Vielleicht ist dein Anker gerade lose und das Tau, das schwimmt so im Wasser rum und jetzt hast du jemanden, der dich unterstützt, der dir zeigen kann, wie du einen neuen Knoten an deinen Anker machen kannst, um dein Bötchen auch wieder festmachen zu können. Und das ist eben das Unterstützende auch vielleicht sogar für diesen Menschen in deine Richtung, damit du wieder lernst, selbstständig zu sein, ein Individuum zu sein und dich aber damit auch zu integrieren, zusammen zu wachsen. Und da geht es halt auch wirklich mal um Akzeptanz tatsächlich die Neun der Schwerter. Ja, die Akzeptanz der eigenen Schwächen, aber auch die Akzeptanz der eigenen Stärken und das möchte ja gerne beleuchtet werden, weil es geht ja nicht nur über den Sehnsüchten und deinen Träumen darum, was möchtest du gerne in der Zukunft alles erleben, sondern es geht auch darum, dich anzuschauen und in dich hineinzugucken, zu horchen, zu fühlen, was, wer bist du, wie definierst du dich, wie möchtest du dich in Zukunft definieren. Und das ist aber auch nur eine Sache von temporärer Zeit. Das heißt, du kannst dich auch in 5-6 Monaten dazu entschließen, wieder anders zu denken. Das ist aber dein eine Meinung wieder zu entwickeln, könnte hier eben die Aufgabe sein. 9 der Schwerter und da haben wir die innere Aufarbeitung, die Angst anzuschauen und natürlich auch die inneren Auseinandersetzungen zu lösen. 9 der Münzen Ja und da haben wir so ein bisschen das Thema Wer möchte das so sein? Weil zum einen bedeutet es, dass du verborgene Talente entdeckst und ja plötzlich auch die Ergebnisse deines Schaffens merkst. Da bin ich gleich gespannt, was hier noch fällt. Weil das kündigt sie nämlich schon an. Weil sie steht auch für eine Anerkennung, für einen Glücksfall, für dein Schick. Das heißt, du merkst, in dem Moment, wo du dich von einer Altlast löst, kannst du hier plötzlich in die Aktion treten. Denn der Ritter der Münzen steht für Verlässlichkeit, steht für Ausdauer. Der Ritter der Münzen der zeigt auch eine Konsequenz auf. Und der zeigt auch auf, dass sich harte Arbeit auszahlt. Das heißt, wenn du an dir arbeitest, bist und auch bereit bist, an dir zu arbeiten, dann führt das Ganze natürlich schneller als Konsequenz daraus in die Liebe. Es liegt im Endeffekt an dir, wie viel Liebe du in dir wachsen lassen möchtest. Liebe kann nicht von einer anderen Person in dich reingesetzt werden. Liebe kannst du nur in dir wachsen lassen. Aber so wie das aussieht könnte die Liebe hier relativ schnell wachsen. Ich bin sehr gespannt, was nachher die Orakelkarten sagen. Neun der Stäbe. Ja, und hier werden einmal so ein bisschen die Kräfte gesammelt. Das ist so ein bisschen Abwehrhaltung, aber nichtsdestotrotz ist das vielleicht nur so der Impuls dessen, dass du die Realität, die aktuelle dann vorherrschende Realität nicht so wirklich wahrhaben möchtest. Und dich deswegen noch so ein bisschen zurück ziehst. Und deswegen zieht sie das hier auch noch so ein bisschen in die Länge, weil die Klarheit muss erst noch wirklich fruchten. Die ist zwar schon da in der Situation, aber es dauert ein bisschen länger, bis der Verstand das so akzeptiert hat. Also das könnte so diese Phase sein. Und dann haben wir die drei der Schwerter. Genau. Und da kommt nämlich eine notwendige Einsicht und steht auch für deinen Verstand, für deine Vernunft und auch für Liebeskummer. So und das ist dann wahrscheinlich so die letzte Erkenntnis, die dann reinkommt, die dich dann ins Handeln bewegt und mit dem Teufel oder der Teufel dann eben Geschichte ist. Der Teufel steht ja für deine Schattenthemen, das steht für die Dinge, die du verdrängst, für Fehler, die du siehst. Das steht auch für Abhängigkeiten. Natürlich zählen da auch Süchte dazu. Nichtsdestotrotz darf es sich dann lösen. Das ist so dieses Durchschneiden der Vergangenheit und um dann in die Ernte reingehen zu können. Ritter der Schwerter, den haben wir hier noch und das ist die Auseinandersetzung. Ich sehe das aber eher in der Konstellation wie deine eigene innere Auseinandersetzung und da geht es natürlich auch darum wieder zurück in die eigene Logik reinzufinden und dementsprechend auch umzudenken. Wirklich eine neue Sichtweise zu gewinnen und zu erkennen, dass eben die Realität, die dann vorherrscht, auch tatsächlich real ist. Weil sich aus einer Wunschvorstellung, einer Illusion zu lösen, das kann sehr schmerzhaft sein, weil es ist natürlich auch ein Prozess. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Gar keine Frage. Aber wenn es dann erst mal so scheppert, wenn der Kopf angeknackst ist und dabei ist aufzubrechen, dann kommt irgendwann der Moment, wo einfach keinerlei Spannung mehr da ist und dann macht es so Crack und alles ist aufgebrochen und das kann dann nochmal richtig reinschmettern. Dann gibt es hier wirklich nochmal einen inneren Konflikt. Einfach weil die Realität die Lüge verdrängt. und diese Erkenntnis oder diese Erkenntnis Gewinn der ist halt auch nochmal schmerzhaft. Muss man einfach so sagen wie es ist. Aber das Gute ist sobald diese Erkenntnis reingedonnert kommt im wahrsten Sinne des Wortes ja ich sage immer so gerne so schön die Klatsche des Universums reinkommt und die Wahrheit akzeptiert wird dann kann es nur positiv nach vorne gehen. So und dann haben wir hier den König der Münzen so jetzt muss ich auch gerade ein bisschen schmunzeln wir haben ja hier den Teufel und das steht von Steinbock und wir haben den Münzkönig und das würde auch erklären warum du hier so hart am arbeiten bist beziehungsweise auch warum von der Energie das sich so anfühlt als wenn dein gegenüber sehr unterstützend ist weil wenn ich hier die Erdenergie des Steinbocks mit rein nehme ein Steinbock ist sehr sehr tatkräftig also generell das Element Erde und die sind sehr ergebnisorientiert und das passt auch zum König der Münzen er ist eine sehr tatkräftige Person kann auch manchmal ein bisschen materiell orientiert sein gar keine Frage aber generell sind es erfolgreiche Menschen sie stehen für Genuss können aber manchmal auch ein bisschen für Eifersucht stehen wenn man den negativen Aspekt dazu sieht kann aber auch nur an deren ungeklärten Problemchen liegen nur so als kleine Vorwarnung falls du es hier mit einem Erdzeichen zu tun haben solltest wir haben natürlich auch den Kelch König hier liegen wenn ich das jetzt auch mal als männliche Energie liegen habe weil meistens sind es so dass Frauenlegungen schauen und auf Männer schauen dennoch ist es hier generell geschlechterunabhängig ja und wir haben dann die neun der Münzen Anerkennung Glücksfall Geschick das heißt die Person zeigt dir im Endeffekt wie du Dinge erschaffen kannst kreieren kannst erwirtschaften kannst und auch wenn es nur darum geht dein eigenes Gefühl wieder zu erwirtschaften weil das musst du ja du kannst dich beim besonders wenn wir das Thema Erde hier mit drin haben nicht unbedingt darauf verlassen dass diese Personen dir irgendwie sonderlich mit Gefühlen entgegenkommen gar nicht sie können schon Gefühle zeigen aber manchmal ist es so dass sie so sehr mit sich und ihrem Schaffen beschäftigt sind dass sie schon eher eine Person benötigen die ebenfalls in ihrer Schaffenskraft ist ja also Gefühle ja aber ganz viel auch mit ja mit Ergebnissen orientiert ja sind sehr ergebnisorientierte Menschen und wenn du hier nämlich in dieser Luftikus Energie bist eigentlich auf eine falsche Person schaust die auch noch so im Hinterkopf hast dann aber nach vorne gehst da werden die sich nicht drauf einlassen weil die lassen sich nur auf Menschen ein die Ergebnisse bringen das heißt sie investieren auch nur in Personen wo sie merken hey da kann man mit arbeiten ja also lass sie da auf jeden Fall helfen aber zeig auch dass du selber machen kannst ja quasi learning by doing unter Anweisung so ungefähr so die sieben der Kelche sind danach rausgefallen ja und da kommt so ein bisschen die schwärmerei mit rein aber es heißt auch über sich hinaus wachsen das heißt in dem Moment wo du geklärt bist in der Tatkraft zurück bist Erfolg siehst dann darfst du auch in die Schwärmerei reingehen und danach fallen gleich die sechs der Kelche und da erinnerst du dich nämlich auch wieder an alte träume das ist so ein bisschen ein Nostalgie schwärmen aber es geht auch darum wieder in den Genuss rein zu finden wieder in die Liebe rein zu finden dieses kleine zarte Pflänzlein in dir wachsen zu lassen zu einem riesengroßen liebevollen Liebesbaum in Anführungszeichen und daran erinnerst du dich erinnerst dich wieder daran wie es ist zu lieben und das waren ein bisschen viele Karten schon wieder zwei wir nehmen sie einfach wir haben hier noch die Schwertkönigin und die fünf der Schwerter ja an diesem Nostalgie rumschwimmen sich daran erinnern kann natürlich auch dafür sorgen dass noch mal so ein bisschen die Gefühle ad acta gehen die Schwertkönigin ist natürlich eine ja sehr kluge freie Frau ähm die aber auch ganz oft einsam war so dann ist es natürlich so Liebe Liebe zu leben muss auch erst wieder gelernt werden und so wenn jemand sehr sehr lange besonders sehr 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 lange einer falschen Person nachgejagt ist ähm dann kann diese Person natürlich nicht wirklich die reale Liebe in sich aufblühen lassen sondern das ist ja eine Scheinliebe dementsprechend ist natürlich nach diesem ganzen Erkenntnisgewinn deinerseits das Gefühl erst mal so ein bisschen gehemmt besonders wenn du noch mal in Erinnerungen schwelgst und ja das Gefühl vielleicht von einer alten Liebe mal so ein bisschen aufkommen lässt nichtsdestotrotz heißt es auch dass du nicht gefühlskalt bist ganz im Gegenteil du bist zwar sehr unabhängig wieder nach dem nach der ganzen Klärung dennoch ähm seh dich selber nicht als gefühlskalt an sondern geh hier wirklich rein in die Konfrontation mit den Fünf der Schwertern und lerne aus deiner Vergangenheit lerne wie es damals schon mal war als du Liebe hast in dir wachsen lassen weil darauf kann nämlich wieder neue Liebe entstehen das ist so ein bisschen die Klarheit die hier noch reinkommen darf bevor es hier mit der Welt in die Wunscherfüllung gehen kann in die Vollendung ja du darfst dann nämlich deinen Platz finden machst du das Wort ja dann darfst du nämlich äh ja ankern und ähm kannst auch deinen inneren Frieden wiederfinden zum Schluss haben wir hier noch die sieben der Münzen ja und das ist eben die Langfristigkeit ne die Geduldsprobe ähm eine Ernte wird auch nicht von heute auf morgen kreiert sondern sie muss im Frühjahr ausgesät werden und um dann im Herbst bei guter Pflege die ganzen Monate über auch geerntet werden zu können aber da bist du natürlich auch wieder abhängig vom Wetter sprich wenn ich das Wetter jetzt ummünze haben wir natürlich zum einen was Wetter angeht Luft wir haben Wasser und Luft ist natürlich Element ein Element was sehr sehr im Verstand klärend ist während Wasser natürlich das Gefühl beflügelt das heißt du brauchst beides in Anführungszeichen um deine Ernte ertragreich zu machen und deswegen heißt es hier auch Verlässlichkeit und Ausdauer so dann bin ich mal gespannt was ich hier gleich für Zeitkarten bekomme vielleicht kriegen wir da einen genaueren Ausblick vielleicht zieht es hier sogar wirklich bis zum Herbst hin ja hier ist quasi noch Herbst Skorpion dritte Dekade das ist dann ja so Mitte November bis Ende November Krebs im Mondeinfluss nutze dein Feingefühl und engagiere dich dies kann deine Verführungskünste unterstreichen besonders wenn du auf jemanden ein Auge geworfen hast oh interessant also zeige Einsatzbereitschaft um an dein Ziel zu kommen was möchte sich dann noch zeigen möchte sich noch was zeigen vielleicht möchte sich auch gar nichts mehr zeigen Widder erste Dekade das wäre quasi nächstes Frühjahr Ende März Widder im Marseinfluss das ist so ein bisschen Mars Konfliktenergie du kannst sein was du bist und deine herrscherenergie bringt dich dorthin setze dich durch denn es geht um deinen Erfolg und darum deine eigenen Erfahrungen zu sammeln ganz wichtig Tat um zu setzen spürst wo es lang geht und wie du mit deinen Mitmenschen umgehen darfst Fische Energie Kelchkönig muss ich gerade daran denken Steinbock dritte Dekade Mitte Januar bis Ende Januar Jungfrau im Merkureinfluss die Ratschläge die du gerne gibst darfst du selber beherzigen jetzt muss ich gerade schon wieder an den Kelchkönig denken dein Intellekt ist einzigartig und du solltest dich auch um dich kümmern und zwei hätte ich gerne noch das Universum noch mal Fische Mitte bis Ende Februar träume nicht dein Leben sondern lebe deinen Traum Tagträume erschaffen Illusionen und Frustration verschwende deine Energie nicht weil du die Ängste anderer Mitmenschen spürst sondern lerne zwischen ihren und deinen zu unterscheiden Illusionen Tagträume Frustration langer beschwerlicher Weg und dann haben wir hier noch mal den Krebs in der dritten Dekade also Mitte bis Ende Juli Fische im Neptun Einfluss Eine Illusion zu leben bedeutet die Realität zu leugnen Es ist Zeit deine Spiritualität zu nutzen um deinen Herzenswunsch zu manifestieren Glauben Glauben ist Sehen und was du siehst ist greifbar Also Spiritualität ist natürlich das eine aber wenn etwas nicht für dich bestimmt ist dann wird das Universum alles dafür tun dass es auch nicht passiert das ist ein Schutz vom Universum und letztendlich bedarf es nur deiner eigenen Einsicht das auch zu akzeptieren die Realität zu akzeptieren weil in dem Moment wo du die Realität wieder wahrnimmst bist du auch wieder in der Lage klar in deine Sehnsüchte reinzugehen wieder auf deine Intuition zu hören auf dein Bauchgefühl zu hören um dementsprechend auch wieder in eine für dich bestimmte Manifestation reinzugehen weil sobald das falsche raus ist ist der Weg frei alle Infos zu den Kartendecks zu meinen Lennys die könnt ihr bei mir auf der Homepage kaufen und natürlich auch das Tarot Deck aber nicht von mir sondern das ist ein Gips bei Etsy ich packe alles in die Infobox auch wo ihr meine Armbänder direkt kaufen könnt beziehungsweise auch eure eigene persönliche Legung buchen könnt falls euch das gefallen hat lasst mir gerne ein Like da lasst mir gerne ein Combi da wenn ihr mögt dürft ihr mir auch gerne folgen würde ich mich sehr drüber freuen ja und ich würde sagen bis zum nächsten Mal vielleicht ansonsten noch einen schönen guten Morgen guten Tag guten Abend gute Nacht wann auch immer du dieses Video siehst Bye Bye